Yo Leute, was geht? Und willkommen zu unserem Video hier auf meinem Kanal Freunde. Heute spielen wir Old School Rock. Auf jeden Fall die erste Runde. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich glaube schon, dass wir es schaffen, dass wir die erste Runde vielleicht auch gewinnen. Und ja, heute spielen wir wieder Brusthoff. Und ja. Ey, man. Ich wusste schon, dass wir verlieren. Aber dass wir so verlieren, das wusste ich nicht. Wir machen Bräuboll. Aber ich werde es verzeihen. Ich werde es gewinnen werden. Und ja, bitte werden wir auch den ersten Platz machen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ah. Oh mein. Oh. Nice. Warte, warte. Meine Kopfhörer auf jeden Fall. Mein Mikrofon. Oh. Ich bin so schlecht mit Brock und Brock, Brock und Brock und Brock, Brock und Brock und Brock. Wir müssen den Puschen. Wir müssen den Puschen. So. Okay. Mmh. Nice, nice, nice. Sjö, jö, jö! Ich sage es um die Ereignisse. Ein anderer höchst, ein anderer, was Architecture hat. Das ist aber auch ein Derized. Es ist das Heimisch. hmmm oh mein Gott ich verliere nur diese Runden, Digga! Heute spielen wir wieder Geschenke drauf Geschenke-Rub habe ich lange nicht mehr gespielt, aber mit Brock-Geschenke-Rub, hmmm, schwierig. Okay. Mein Mikrofon nervt die ganze Zeit. Mein Mikrofon nervt die ganze Zeit. Oh mein Gott! Die Runde haben wir geknackt auf jeden Fall. Die nächste Runde war es. Und das soll ich sagen, das war es mit dem Video. Wenn es noch gefallen hat, könnt ihr gleich nach oben. Und ciao, ciao.